In diesem Video geht es um den Schriftsteller Hugo von Hoffmannsthal. Ich erkläre dir, wer Hugo von Hoffmannsthal war und was ihn so berühmt machte. Hugo von Hoffmannsthal war ein österreichischer Schriftsteller, der am 1. Februar 1874 in Wien geboren wurde und am 15. Juli 1929 starb. Er wuchs in einer wohlhabenden Familie auf und war schon als Kind sehr sprachbegabt. Schon früh entwickelte er ein Interesse an Literatur und begann, Gedichte und Prosa zu schreiben. Hugo von Hoffmannsthal wurde zunächst durch seine Lyrik bekannt. Er veröffentlichte seine ersten Gedichte unter dem Pseudonym Loris und erhielt dafür viel Anerkennung. Später schrieb er auch Dramen, Erzählungen und Essays. Zu seinen bekanntesten Werken gehören Der Tor und der Tod, Elektra und Der Rosenkavalier. Letzteres ist ein Libretto für eine Oper, die von Richard Strauss vertont wurde. Hoffmannsthal arbeitete häufig mit Strauss zusammen und sie schufen gemeinsam mehrere Opern. Hugo von Hoffmannsthal war ein wichtiger Vertreter des Symbolismus und der Wiener Moderne. In seinen Werken ging es oft um menschliche Gefühle, Träume und die Suche nach dem Sinn des Lebens. Seine Texte sind oft komplex und tiefgründig. Hoffmannsthal wurde von vielen verschiedenen Schriftstellern und Philosophen beeinflusst, darunter Friedrich Nietzsche, Arthur Schopenhauer und Johann Wolfgang von Goethe. In Hoffmannsthals Werken werden häufig Themen wie Liebe, Tod, Schuld und Vergänglichkeit behandelt. Seine Charaktere sind oft in innere Konflikte verstrickt und müssen schwierige Entscheidungen treffen. In seinen Texten geht es oft auch um das Spannungsfeld zwischen Vergangenheit und Gegenwart, Tradition und Moderne. Hugo von Hoffmannsthal gilt als einer der wichtigsten deutschsprachigen Schriftsteller des frühen 20. Jahrhunderts. Seine Werke haben auch heute noch großen Einfluss auf die deutsche Literatur und werden oft in Schulen gelesen und analysiert. Mit seiner vielseitigen Arbeit hat er nicht nur die österreichische Literatur, sondern auch das Musiktheater nachhaltig geprägt.